Hier, 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 was geht, meine Freunde. Wir streamen heute und zwar ein bisschen früher als sonst und zwar schon um 13 Uhr bis 15 Uhr bin ich live, weil ich heute Abend noch auf dem Charity-Event von Amarvin und Fortnite, aber wie gesagt, zwei Stunden Minecraft-Stream, Crot-Attack läuft hier. Wenn du den Hund anfasst, dann wirst du gebannt. Spark, ich möchte jetzt hier, und ich meine das hundertprozentig ernst, einen Antrag auf Bann stellen. Okay, gut, gut. Leute, wir waren gestern dran, diese Kathedrale hier zu bauen und ich würde sagen, das machen wir heute noch weiter. Wir gehen mal kurz in den Discord, Leute. Ich habe auf jeden Fall extrem Bock auf die heutige Session Craft-Attack. Wir haben hier vorne nach wie vor den Romatra. Was denn? Ich bin jetzt auch einer derjenigen auf Twitch mit heftigster Facecam-Quali, ne? Die Leute haben gesagt, man kann sogar die Poren von mir sehen. Perfekt, Alter, das ist sehr geil. Und das, was aus den Poren rauskommt, kann man sogar sehen. Das ist nicht so geil, Kevin. Das ist nicht so geil. Warum denn? Weil das keiner sehen möchte, Kevin. Aber interessant, dass du das so hatten hast. Vielleicht soll ich mal den Zoom rausstellen. Vielleicht solltest du den Zoom rausstellen. Hallo, Romatra. Hallo, wie geht's dir? So, ähm, liebste Community, schön, dass ihr alle da seid. Evi, heute musst du auf mein Haus mal ein bisschen aufpassen, ne? Natürlich. Warum? Weil ich weiß nicht, ob Nordkollen irgendwas da machen will nachher. Was will denn Nordkollen da machen, Alter? Ja, ich weiß nicht. Der hat seinen Müll bei mir in der Goldfarm abgeladen, also habe ich meinen Müll bei ihm zu Hause abgeladen. Und ich weiß nicht, ob dir der Meinung ist, auf die Idee zu kommen, nachher da irgendwie rumzutrollen, weil er es lustig findet. Also ich glaube nicht, dass Colin sich das wagen wird. Okay. Bin ich ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Colin überhaupt die Eier dazu in der Hose hat. Ja, aber dann nickt er sich ja mit der Handelsgesellschaft an. Wir müssen eigentlich sowas wie, eigentlich sollten wir mal einen Namen für uns haben. Ich hatte ja entweder an die Kompanie gedacht. Also sind wir jetzt wieder vereint? Ich würde schon sagen, ja. Also ich bin nicht... Nein, wo ist nicht hier so One Piece, Handelsmarine. Ja, die Handelsmarine oder die Kompanie halt so. Weißt du, die Kompanie so... Wie hießen die Briten nochmal? Die East Indian Trading Company. Also... Kompanie wäre auch nicht schlecht, Alter. Da könnten wir aus das Dschungelbuch dieses Lied nehmen. Kompanie... Marsch! Kennst du das von den Elefanten, das? Weiß ich jetzt nicht, ob wir das brauchen, das Lied, aber ja. Könnte man machen, Kevin. Komm mal kurz hoch, ich habe eine neue Brücke der Freundschafts gebaut. Romatra, wenn die Scheiße ist, dann zünde ich die an. Ich komme jetzt sofort. Wieland, ich habe hier vorne auch einen Zombie, der tatsächlich deinen Namen trägt. Als Pfarrer. Aber ich will noch kurz, was du dir die Brücke der Freundschaft anschaust. Hey, wo bist du denn? Ich komme. Romatra, Romatra. Ach, die kann man sich doch schon geben. Was ist denn mit dir? Ja, Bro, nee, Alter. Da macht da wenigstens... Nicht so gerade. Mach da mal eine Bogenform rein, Alter. Wie eine Brücke so aussehen. Ist so. Tut mir leid. Also wirklich. Da ist eine Bogenform drin. Wo? Wie, wo? Komm mal her. Unsere Berge sind da nicht auf derselben Höhe. Doch, sind sie, natürlich. Da sind sie wirklich nicht. Ja, dann musst du deinen da ein bisschen höher machen. Also ich bin damit nicht zufrieden. Oder du deinen abtragen. Alter, Romatra. Es ist okay. Es ist maximal okay. Ich finde es aber nicht geil. Es ist maximal okay, wirklich. Oh, Mann. Nur weil Petit gerade da ist, Alter. Rückbau, Rückbau, Rückbau. Ihr schreibt alle Rückbau jetzt auf einmal in den Chat. Ähm, Romatra. Können wir nicht machen. Dann ist Rückbau angesagt von allem, was hier auf dieser Insel ist. Ja, so unnötig. Kannst du es wenigstens überarbeiten, Alter. Da eine schöne Bogenform. Guck mal die Rokachsbrücke an. So eine Rokachbrücke heißt die. Die ist schön. So, Leute. Das wird auf jeden Fall eine geile Kathedrale. Hier wird Reef so weggefescht in der Kathedrale. Das wird der Kathedrale ein Fescht des Todes, Alter. Das sage ich. So, Petit. Was war die Tage los hier in Craft Attack? Gar nichts. Gar nichts, sagst du. Ich war sehr produktiv tatsächlich sogar. Was hast du gemacht? Ich habe eine Base erweitert, habe eine Villager-Farm gemacht. Du hast eine Villager-Farm gemacht? Ja, so halt Villager einfach gezüchtet. Ja, hast du die bei dir direkt am Turm gemacht? Wo denn? Im Keller. Ja, wird Probleme geben. Warum Probleme? Ja, weil du zu nah bei uns dran bist. Wir müssen eine gewisse Distanz haben. Jetzt weiß ich auch, warum das bei uns alles so rumspinnt. Okay, Rückbau. Ich habe drei Villager. Rückbau. Ja, das ist egal. Das heißt, wenn du einen hast. Das ist jetzt kein Witz, Petrit. Wenn du einen Villager machst, kann das Problem umbringen. Du machst unsere ganzen Farmen kaputt. Wir müssen zurückkommen. Was soll das? Ich dachte wohl. Guck mal, bin ich ein Mann? Das muss ich gleich leider bei dir sprengen, Petrit. Du musst nicht nur mit uns Probleme kriegen. Sparks, deine Villager-Farm ist auch davon betroffen. Safe, ne? Oh, Alter. Der wird dich bestimmt... Das wird Ärger geben. Das sage ich jetzt. Du willst Dreck wieder Theater haben. Ey, das ist so geil. Alles, was du machst, Petrit, endet im Chaos. Merkst du das? Ich will mich da ausbreiten unten im Keller. Ich finde das voll cool, voll gemütlich und so. Aber das funktioniert leider nicht, Petrit. Stellvertretender Bürgermeister schaue ich mir das mal ganz kurz an. Wie kommt man da runter? Nicht runterbauen. Ich zeig's dir. Wie Angst der schon hat. Schaffst du, mein Lieb? Bin im Keller bei der Villager drin? Fall nicht drauf rein. Hauptsache ist ein... Ey, Revi. Revi. Ich will nur gucken, was das hier ist. Dann spring dich rum. Ey, was denn? Ich hab schon drei Stacks Diererze wieder, ey. Was ist dein Problem? Ich hab kein Problem. Du machst mir alles kaputt hier. Was mach ich denn? Okay, Petrit, wir werden darüber reden müssen. Das kann auf jeden Fall da nicht bleiben. Warum? Das geht nicht. Das geht einfach nicht, Petrit. So geht es nicht mehr weiter. Petrit, dein Streamtitel. Was möchtest du mit Arkani machen? Nix, nix. Arkani, weißt du, Arkani ist doch dein Hund. Lass Arkani in Ruhe, Petrit. Ich schwör es dir. Als wenn ich jetzt zu ihm nach Hause fahre und seinen Hund anfasse, oder was? In Minecraft, ne? Also du hast auch in Minecraft einen Arkani. Das weißt du natürlich nicht. Ja, deswegen hast du auch den Titel wahrscheinlich drünne. Wenn du was bei jedem Hund warst, Petrit, dann ist Eskalation angesagt. Das waren wieder deine Worte. Dann drehe ich aus. Das haben meine Motze in dir geschrieben. Oh Mann. Jürgen, diese hässlichen Lachen, ne? Petrit, sag jetzt eins, ja? Ja. Du hast die Möglichkeit, mir zuzuhören und nichts zu tun. Oder ich werde dich komplett aus dem Leben sprengen und in Craftsack löschen. Okay? Nochmal, nochmal, ich hab mein ganzes Bildschirm vollgerutzt. Du machst nichts mit meinem Hund? Ja. In Minecraft? Ja. Und auch im echten Leben und dafür kriegen wir keinen Stress miteinander. Mhm. Finde ich persönlich mehr als fair. Mal sehen. Also ja, ja, genau. Nichts mal sehen. Revi, das Problem ist einfach, Petrit ist, kennst du, hast du, Revi, hast du SpongeBob geguckt? Kennst du die Folge mit dem Gegenteiltag? Mhm. So ist das bei Petrit. Wenn du sagst, wenn du nichts mit meinem Hund machst, dann heißt das für Petrit, mach bitte was mit meinem Hund. Bitte geh hin und mach was mit meinem Hund. Nee, ich bin nicht so blöd. Ich hab schon der Gewissheit. Ja, ist klar. Okay. Wir reden nochmal in zwei Stunden drüber, wenn der Hund, weiß ich nicht, tot ist, Revi deinen ganzen Turm wieder am Wegsprengen und Niederbrennen ist, ja, und ihr total am Rumbrüllen ist. Dann reden wir nochmal über den Hund, ja? Bro, sollte meinem Hund irgendwas passieren, Petrit, ich mein's ernst, Alter, da geht's ein bisschen zu weit. Okay? Dem wird kein Haar gekrümmt. Der wird auch nicht entführt oder sonst was. Der wird auf jeden Fall kein Haar gekrümmt, das kann ich dir schon mal versprechen. Der wird auch nicht entführt oder sonst was. Was raffst du, raffst du's, Alter? Was bedeutet denn entführt? Also, kann man so ein Bastard sein wie du jetzt mit einem Hof. Das ist total du, Jita. Das ist eher retarded, unglaublich. Insane. Insane wie retarded du bist, wahnsinnig. Petrit, ich schwör dir, wenn du meinen Hund anfasst hier in Minecraft, dann dreh ich durch. Weil da ist so wie es ist. Damit wird der Higgs angerüttelt. Damit machst du dir nur Feind und Jita wird auch ausrüsten, äh, rasten. Es gibt genug Obst im Haus. Ich verstehe da auch gar keinen Spaß bei dir. Wenn du irgendwas machst mit dem Hund, dann geht's wieder voll in Slash-Status-Roleplay rein, Alter. Ja. Muss ich mich drauf einstellen, dass das hier gleich wieder eskaliert? Ich will's nicht hoffen, Pet, das liegt an dir, ne? Ich sag's dir nur so, es wird mit meinem Hund nichts passieren. Ja, okay. Ich werde ihn nicht entführen und ich werde ihm auch kein Haar krümmen. Ich werde ihn auch nicht töten, okay? Okay. Und du wirst der Karni auch nicht umbenennen. Mit einem anderen Name-Tag oder sowas. Ich mein's, ich mein's, ich mein's, ich mein's, ich mein's wirklich nur gut mit dir. Dann sollten wir uns dann Freitag sehen. Ich schlag dir von versammelter Mannschaft ins Gesicht. Weil das Ding ist, ich glaube, wenn du dann, dann hast du nämlich gegen die Seil-Keine-Arsch-Regel verstoßen, Alter, dann wirst du wirklich, dann werde ich einen Antrag darauf stellen, dass du hier gebannt wirst. Ich mein's ernst. Kleiner Mann, hm? Hast du fein gegessen gerade, Karni? Guck mal. Vötterst du ihn noch ein letztes Mal, bevor Petri den gleich gegen den Hekt nimmt? Bro, wenn, Petri, ich schwör dir, wenn du mit dem Hund irgendwas machst, Alter. Alles gut, Rewe. Ich hör schon dieses schmutzige Grinsen raus, wenn er sagt, ja, ist gut, Rewe, so. Dann grinst der schon richtig dabei. Bro, ich warne dich ein einziges Mal. Alter. Sollte, sollte heute dem Hund irgendwas zustoßen, ich mach deinen kompletten Progress wieder weg. Alles. Übertreib, das steht null in Relation. Doch, doch, weil dieser Hund bedeutet mir alles in Minecraft. Übertreib doch nicht, Digga. Nein, ich mein's ernst. Das steht nicht in Relation, Digga. Das steht null in Relation. Petri! Oh, geiles Geschenk, Leute. Wenn du den Hund anfasst, dann wirst du gebannt. Und 54 TNT nochmal, lecker schmecker. Von wem ist das, Leute? Alter, Petri, ich schwör dir, du willst wirklich den Hund nicht anpassen. Ich habe dreieinhalb Stacks TNT, ne? Von wem auch immer das sein sollte, dankeschön an der Stelle. Ich bin ehrlich, Alter, ich bin ehrlich. Also, wenn jetzt irgendwie, wenn jetzt hier irgendwie sch***en geht, von wegen mein Hund oder so. Ich schwör, ich mach per Petri alles kaputt und dann wandere ich Realtalk aus. Ich bin raus. Dann bin ich gone, dann hab ich keinen Bock. Oh, komm, mach nicht den, Rewe. Nein, dann zieh es auch wirklich durch, Alter. Weil ich seh das nicht ein. Nein, weil für mich hat's dann irgendwo auch ein Ende, wisst ihr, Leute? Irgendwo ist meine Toleranzgänze dann auch erreicht und die ist dann auf jeden Fall überschritten. Wenn du ihn Albani oder Almani oder sowas benennst, Petri, ich sag dir, dein Haus is gone. Nein, nein, nein. Du hast einen geilen Namen gehabt, ne? Du lachst, du lachst, du lachst, aber ich mein es ernst, Bauer. Ja, safe hat deine Community das schon Rewe geschrieben. Ich baue hier vorne eine Kathedrale, damit ich hier in Ruhe heiraten kann. Jo, da fängst du an. Warum baust du die Kathedrale überhaupt? Das ist voll die Provokation. Wo ist das der Provokation? Ich kann doch meine Religion hier ausleben. Das hat nichts mit Religion zu tun, es geht darum, dass du weißt, dass ich was von Reefd will, also Antonia. Willst du was von der? Ja, also dieses legit, ich will wirklich was von der. Ja, das wusste ich nicht, Bro, sorry. Ich bin jetzt halt schon voll mit dir im Grind, so, weißt du? Also ich kann jetzt nicht einfach aufhören. Ich würde legit, also legit, ich würde nach Madeira ziehen für sie. Ich würde halt meine, ich will halt meine Gefühle halten. Ich kann halt meine Gefühle nicht verstecken, Petra, so. Ich kann ja nicht einfach sagen, ich liebe die jetzt nicht mehr, so in Minecraft, weißt du? Weil du hast mit der halt Minecraft so Dings, aber ich mein so ernst mit ihr. Ja, es kann sich ja auch entwickeln noch alles, ne? Weiß man ja nicht. Mit, mit dir oder was? Ja, du bist viel zu alt für sie, Digga. Aber vielleicht braucht es ja genau das, einen Mann, der im Leben steht, weißt du, was ich meine? Und nicht so ein, nicht so ein, nicht so ein... Was? Ja, ich stehe auch, ich stehe im Leben. Du bist halt so dieses über Next Level, so. Ich bin, ich bin, ich bin das, ich bin das Husband Material, was ein Großteil der Männer niemals erreichen werden, weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht bin ich auch nur so One-Night-Stand-Material, wer weiß. Ja, nicht mal. One-Night-Stand-Material? Ja, also ich, ich möchte erstmal meinen, meinen Fashion-Minecraft weiter treiben, weißt du, was ich meine? Ich werde das finden, dann kannst du doch schon an der... Oh nein, alles. Moin, Basti. Na, alles fit? Hier kommt so eine richtig geile Höhe in den Alter. Patrick, ich sag's dir, ich sag's dir wirklich jetzt, pass Akani an, dein Haus ist down. Ja, warum? Ich glaube, das Gefühl, hier wird gleich irgendwas Schlimmes passieren und Rivie wird komplett ausrasten. Ja, vor allem die Schneeweißen, die sehen richtig süß aus. Patrick, raus aus meinem Haus. Patrick, äh, Patrick beschützen. Raus aus meinem Haus, Digga. Ja, ich geh ja schon. Okay, Patrick, Zugriff, äh, Zugriffkommando, Basti, wir können ihn töten, wir können ihn töten. Patrick, Digga, ich hab's dir doch gesagt, Mann, warum machst du Stress, Alter? Hier ist er, hier ist er, hier ist er. Der will wieder Stress, weil du weißt doch, wie Patrick sitzt. Ja, aber Bro, guck mal, das macht doch gar keinen Sinn, Junge. Ich bin noch am chillen, Mann. Ich baue diese Kathedrale, alles entspannt, halt, und er kommt hier wieder hin und macht so ein Ärger. Was soll denn das? Ja, du glaubst ja nicht, dass Patrick einen Stream hat, wo der... Ich hab keinen Bock, ich hab, Digga, ich hab keinen Bock, die ganze Zeit jetzt hier wieder zu guarden, Alter, mal zu gucken, dass der nichts macht, what the f**k? Ja, er hat ja noch nichts gemacht, der hat ja noch nichts gemacht. Ich hab doch gar nichts gemacht, Digga. Nein, ich, 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 ich sag dir letztes Mal, wenn du den Hund anfasst, in irgendeiner Art und Weise, ich warne dich jetzt mehrfach, okay? Ich werde ihn ja nicht, ich werde ihn nicht anfassen. Ich verstehe jetzt nicht. Du hast ja ab jetzt wieder Hausverbot bei mir, okay? Wo ich nichts gemacht habe, Hausverbot, dieses, immer dieses Hausverbot. Ich kann, ich kann, ich kann dir Hausverbot erteilen, einfach weil es mein Haus ist. Hier ist hier ein geheimen, Revy, weißt du von diesem Eingang hier? Welcher? Kennst du den Eingang von deinem Lager unten raus? Wo? Schau mal hier. Ja, das war früher diese Höhle, die ich gebaut habe. Ah, okay. Hast du wieder benutzt? Hm, Petrit, haben wir jetzt was entdeckt da wieder, hä? What the f**k ist das hier, Alter? Petrit, wo bist du gerade? Nirgendwo. Sag mir lieber jetzt, wo du bist. Petrit! Ich näher mich mit hoher Geschwindigkeit. Okay, Petrit, das bedeutet Krieg. Auf Wiedersehen. Er hat den unbenannt, den Albani. Er hat den unbenannt, den Albani. Okay. Okay, gut. Nein. So, Bro, ich glaube, das wird die größte Spray in Craft Attack, Alter. Dreieinhalb Stacks TNT. Ich hab's, ich hab dich gewarnt. Ich hab, nein, guck mal, ich hab, Bro, ich hab dich gewarnt. Ich hab dir gesagt, erst mal hast du Hausverbot, Bro. Und zweitens habe ich dich gewarnt. Ich habe dich gewarnt. Ich habe mehrfach gesagt, Alter. Mehrfach habe ich gesagt, Bro. Du verpisst dich aus meinem Haus und lässt den Sch**en in Ruhe. Ganz einfach. Ganz einfach, Junge. Ey, ich spreng nichts, Rebi. Ja, ich hab, ey, du hast recht. Ich spreng gleich starte, Rebi, dann hast du deinen Bodyguard bei dir auch. So. Oh, Kevin, Digga, du rett, Alter, du rett. Das ist egal, Petri. Ich hab's gesagt. Nein, 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 nein. Das steht in nur Relation. Chat, steht das in Relation? Das steht in keiner Relation. Aber ich hab dich gewarnt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich hab dich gewarnt. Wir können ja, guck mal, wir können ja darüber verhandeln. Nein, können wir nicht. Können wir diesmal nicht. Ah, wenn ich verhandeln will, geht das nicht. Nein-Tags hab ich sehr, sehr viele hier, Petri, aber es geht mir einfach ums Prinzip, dass du wieder mal... Was, dann... Petri, ich will, wenn du den Hund umbringst, inshallah, du wirst nie wieder glücklich werden in diesem Projekt. Ich hab's dir gesagt und ich werde jetzt durchziehen. Ja, aber doch nicht 30 TNT, Digga. Zuerst geht dein Keller kaputt, Petri, und dann dein ganzer Atom oben. Nicht den Keller. Doch, der Keller. Einfach. Was, wenn du mich jetzt killst, ne? Dann ist es vorbei. Was machst du bei uns im Haus? Oh, ey, ey, Kevin hat mir noch keine Hausverbot gegeben. Wenn er jetzt sagt, Hausverbot, dann werde ich das... Doch, du hast Hausverbot. Ab jetzt, okay, ab jetzt, gut. Zur Sprengung von Revi kommt nochmal ein halbes Stack von mir dazu. Petri, du hast es dir selber zuzuschreiben, Mann. Raff doch endlich mal und lern doch mal deine Grenzen kennen. Hör doch endlich mal auf, ich die ganze Zeit jeden Gottverdammten-Stream zu terrorisieren. Was ist dein Problem, Mann? Es ist ein f***er Name gewesen. Und es kotzt mich an, es nervt mich. Ich hab keinen Bock, immer in mein Haus reinzugehen und immer irgendwas Neues vorzufinden, was mich abf... Nicht bei einem Pisch, bitte. Sterben, nicht bei... Im Wasser? Hör auf! Bitte. Benenn ihn um, dann sind wir quitsch. Benenn ihn um, dann sind wir... Revi, hör auf. Hör auf. Revi. Ich weiß nicht. Leute, hier suchen wir mal... Hausverbot! Raus hier! Nein! Raus hier! Ich möchte... Polizei! Ich muss die Polizei. Dietheim kommt. Ich halte mich da... Pedret, du bist es selber schuld. Ich habe dir einen Call gegeben. Ich habe gesagt, mach es nicht. Wir müssen schlafen, ey. Oh, ihr kleinen Ratten, ihr kleinen Ratten, ihr kleinen Ratten, wollen die mich spawntrappen? Wollen die mich spawntrappen? Guck, das ist das Ding! Spawntrapping! Okay, ich fliege zu Albani. Pedret, du hast es nur schlimmer. Lass es lieber. Du machst es nur schlimmer? Ja, ich mache jetzt mit der Faust so lange auf den Hund, bis er weg ist. Pedret? Du schlägst also deinen Hund mit der Faust. Bist du so einer? Nein, aber in Minecraft schon. Ich sag dir eins, wenn der Hund dir gleich tot ist, Pedret. Ich schwöre dir, ich mache dein Haus kaputt. So, ich habe ihn jetzt einmal geschlagen. Was? Oh, der ist rausgegangen. Der geht raus, es tut mir leid. Albani, rein mit dir. Wir sind damit durch, Pedret. Nein, 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 nein. Du hättest Albani nicht anfassen sollen. Arkan. Blöder Köter. Maaan! Kevin? Du weißt, was das heißt, ne? Nicht sprengen, nicht sprengen. Das ist die größte Sprengung, die wir jemals gekauft haben. Ich bin jetzt jeden Augenblick da. Weißt du, wie schwer das war, den da oben hinzubringen bei Revi? Revi sprengt dich wirklich aus. Ich habe richtig viel Arbeit investieren müssen dafür. Der Arme, der hat einen psychischen Knacks jetzt. Guck mal, wie er künftig ist. Pedret, dein Haus ist gut. Der Hund besteht aus Pixeln. Dein Haus ist gut. Und dein Haus besteht gleich auch nur noch aus Pixeln. Wir sprengen dich aus und direkt raus. Ich habe dich gewarnt. Ich habe dich gewarnt. Ich habe dich gewarnt. Da hinten ist das Ende. Leute, ich bin da. Kevin hat sich noch nie an einem Grief beteiligt. Aber jetzt, Pedret, vorbei. So, erstmal wird jetzt einer deiner Villager sterben. Kevin, hör auf. Ich guck mal, mit dir schlecht zu reden. Ich rede nicht deine Community schlecht. Aber du, diese Ausrede. Ich habe Produktivität gemeinlich zur Community bewiesen. Wer war das? Pedret, ich habe dir gesagt. Ich habe dir gesagt. Okay, ich gehe jetzt Albani. Ist das nicht deine Katze? Lass sie in Ruhe. Ist das deine Katze? Ja, einfach. Hey! Oh, oh. Noch ein Schlag, die ist down. Hört auf. Baby. Verlassen sie unverzüglich mein Grundstück. So, sofort. Oh, nein. Oh. Hey! Wer war das? Was? Du hast doch gar nichts. Was machst du denn überhaupt? Du hast erst zusammengegangen. Meine Katze. Verlassen sie uns sofort, mein Haus. Sofort. Verlassen durch das Haus. Es übertreibt nicht. Guck mal, das ist so ein bisschen lustig. So, ha, ha, ha. Guck mal, ich bin ein bla, bla, bla. Pedret. Ich kann Kevin nicht aufhalten, ne, Pedret? Ich kann Kevin nicht aufhalten. Da kommt die Katze. Da kommt, ja, da kommt. Äh! Basti, zünd das unten an. Zünd das unten an. Hast du Feuerzeug? Ey, vertreib dich. Oh, Pedret. Ich bin jetzt fast in der Holz. Deine arme Katze. Irgendwann wird sie gebraten. Ey, aber jetzt raus mit der Katze. Reicht jetzt. Pedret, wenn du sie abmachst, ist sie tot. Das weißt du, ne? Boah, ihr seid Dämonen und Teufel. Mach das Seil ab. Komm, mach das Seil ab. Das sagt der, der den Hund viermal geschlagen hat. Pedret. Kevin. Dann lass die Katze auf meine Wurz. Peder, deine Katze ist in meinem Grill. Ich fliege jetzt zum Hund. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab sogar das, was ich gesprengt hab, wieder repariert. Zu uns? Gehst du? Was? Warum? Oh, oh. Pedret? Ey! Oh, die Katze ist verbrannt. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Hä, warum ist das passiert? Warum ist sie gestorben? Ja, weil Kevin da TNT gezündet hat. Okay, dann hab ich da aber nichts mit zu tun, Pedret. Du merkst das, ne? Das ist ja. Auge, wache, Zorn um Zorn. Ich hasse euch jetzt einen Hund weg. Ist mir so egal. Dracani, du richtet Meister Kai einen schönen Gruß. Warte, warte, warte. Pedret, ich hab dir nichts getan. Ich hab alles repariert. Ich hab wirklich nichts gemacht. What the f***, Mann? Tja, ihr seid alle in einem Boot. Pedret. Auge um Auge. Pedret. Wenn ihr hierher kommt, ne? Ich kill ihn direkt. Geht weg von Ribis Haus. Ihr seid eine Handelsgemeinschaft. Ihr hängt alle da mit drin. Alle. Pedret, ich schwör, wenn der Hund stirbt, dein ganzes Haus ist down. Dein ganzes Haus ist down. Ich mach alles von dir kaputt. Alles, was dir lieb und heilig ist. Altes Testament. Drittes Buch Mose. Auge um Auge. Digga, was für ein altes Testament, Junge, ey. Du lernst jetzt gleich das neue Testament erst mal kennen. Pedret, du wirst dafür gebannt. Albani, weg mit dir. Hey! Also, was hat er ihn jetzt getötet? Tier gegen Tier. Tier gegen Tier. Tier gegen Tier. Wo ist der Hund? Ich hab ihn entführt. Du Mistgeburt. Der hat ihn wirklich umgebracht. Der hat ihn umgebracht. Echt? Ja, hab ich nicht. Der ist tot. Okay, gut. Pedret. Ey, hier ist keine Leine mehr. Jetzt. Okay, Pedret. Das ist zu viel. Jetzt ist alles down. Nein, alles ist down. Alles. Jetzt wird gesprengt. Jetzt fliegt dein Turm in die Luft. Das sag ich dir, Pedret. Nicht nur der Turm. Ich werde alles da kaputt machen. Alles. Dein ganzer Untergrund wird zerstört. Alles. Pedret, vier Stacks TNT auf deinen Kopf. Ey, Blasti! Lass mich nur in Ruhe. Vier Stacks TNT bekommst du jetzt zu spüren. Jetzt wird gesprengt. Jetzt findet dir die Riesen-Sprengungen statt. Nimm es wie ein Mann. Nimm es wie ein Mann. Ich mach dein Haus kaputt. Nummer zwei. Nimm es wie ein Mann. Revi, merkst du, es reicht. Guck mal, kannst du einmal sprengen. Nimm es wie ein Mann. Oh. Revi. Warte mal, das Wald kommt. Ah, Pedret, wie fühlt sich das an, wenn man was kaputt gemacht bekommt? Das war Revi, sein Geburtstagsgeschenk von den Zuschauern. Das ist genau das, Pedret, was du dir erwünscht hast für die heutige Folge. Du hast diese Wahl getroffen. Dieser arme Dorfwunder, der schläft hier gerade einfach. Ey, okay, Kevin, es tut mir leid. Es braucht dir nicht leid tun. Du kannst bei uns springen, Pedret. Du wirst sehen, es wird immer mehr bei dir kaputt gehen dann. Ja, du wirst sehen, es wird immer mehr bei dir kaputt gehen. Ich tue unser Haus verteidigen, ja? Ja, okay. Umleid, Pedret. Ich weiß, du bist eigentlich, du bist eigentlich... Da brauchst du dich entschuldigen, Pedret. Komm, mach ruhig. Pedret. Auge um Auge, Zahn und Zahn. Pedret, warte, 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 warte. Wenn du das jetzt machst, Pedret, ich schwöre, du bist raus. Okay, alles von Pedret wird jetzt gesprengt. Hat er was für den Geburt gemacht? Dein ganzer Keller. Dein ganzer Keller. Der hat dann sein Lager. Was hat er gemacht? Dein ganzer Keller. Alles, deine Dwarfbewohner, alles wird jetzt vernichtet, Pedret. Was hat er gemacht? Der hat das automatische Lager gesprengt. Du hast den Zystopaten aktiviert. Was hat er mit dem Lager gesprengt? Das kann man in einer halben Stunde fixen. Jetzt bist du fällig, Pedret. Alles klar. Alles klar, Pedret. Lass mich eigentlich nicht ausspricht. Guck mal. Nein, das wird gesprengt. Jetzt musst du den Respekt lernen. Oh, hier ist ein Enchanting-Table. Oh, den brauchst du nicht mehr. Alter. Zack, und weg mit dem Enchanting-Table. Du bist es wirklich dieses Mal komplett selber schuld. Hunde-Mörder! Hunde-Mörder! Und zack, und zack. Lager gesprengt. Spark, erst mal Entschuldigung für diesen kleinen Disput, den wir miteinander hatten. Spark, ich möchte jetzt hier, und ich meine das hundertprozentig ernst, einen Antrag auf Bann stellen. Pedret, ich schwöre dir, Spark, ich kann keinen, keinen einzigen Stream machen, ohne dass mir irgendwas kaputt gemacht wird. Pedret hat meinen Hund wieder umgebracht. Pedret hat schon so oft mein Haus zerstört, und ich habe keine Lust mehr, dass dieser Mensch hier auf diesem S***-Server mitspielt, Digga. Ich meine es ernst. Jedes Mal, wenn ich online komme, muss ich damit rechnen, dass irgendetwas bei mir kaputt ist. Und wir schließen zehnmal Frieden in der Woche, und ich möchte nicht mehr, dass Pedret hier mitspielt. Weil die Seikern-Arschregel, und ich glaube, das können Basti und Kevin bestätigen, wurde hier mehrfach verletzt. Mehrfach. Ja, wenn wir, wie gestern beispielsweise, in Ruhe unten die Kälte von Max bauen, komplett dreht er zu und sprengt die Öfen in die Luft, rennt weg und lacht und schreit, Ah, ich werde jetzt gebannt. Genau das ist ja das Ding. Man kann nicht in Ruhe seine Sachen machen. Richtig, genau. Aber guck mal, du bist doch genauso dran. Du bist doch genauso dran. Er hat doch bei dir auch einfach random Sachen kaputt gemacht. Ja, man kann sich immer rausreden mit, ist nur Spaß. Ja, sperrt den von mir im Einglott-Gefängnis ein, Alter. Nein! Sperrt den irgendwie ein, weißt du was ich? Ja, ich hab ein bisschen übertrieben so. Ich find, wie acht Stunden, das ist einfach zu viel. Fürs erste Mal, ja. Generell, wenn du weiter scheiße brauchst, nein. Ich sage, 24 Stunden, um ein Zeichen zu setzen und wenn er dann nochmal auffällig werden sollte, dann stackt man. Dann kriegst du aber kein Geburtesgeschenk am Freitag. Du kriegst kein Geburtesgeschenk, weil das ist jetzt dein Geburtesgeschenk. Okay, perfekt, perfekt. Petrit, wir sehen uns in 24 Stunden wieder. Boah, das ist das... Alter, das ist das erste Mal, dass ein Craft-Hack-Teilnehmer gebannt worden ist, Leute. Beschwert euch jetzt nicht. Diese 24 Stunden sind ein Zeichen von Earlyboy und Spark als Projektleitung, dass sie sagen, es geht nicht alles. Aber es geht darum, zu signalisieren, Petrit, du hast übertrieben und du bist raus. Okay? Ja, ich hab verstanden, ist okay. Kevin? Ja? Meinst du, wir kriegen nochmal einen neuen Arcani? Ja, ich besorg dir gleich einen. Oder soll ich dir einen neuen Arcani holen? Ich hab schon ein kleines Arcani. Oh, ist der süß. Morgen 14 Uhr stream ich bei mir, Leute, also hier im Kanal. Und Amar wird morgen von mir auch nochmal gehostet werden, abends. Aber ich geb euch da noch genau gescheit. So gut hast du ja schon ewig. Rüber da, Leute. Wir sehen uns morgen. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.